Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter, direkt am Anschluss zur Alten. Wir möchten heute einiges machen und zudem eine kleine Info raushauen. Wir haben heute, ich weiß nicht mal, Freitag. Wir haben heute tatsächlich schon Freitag. Am Sonntag, ähm, es geht darum, dass jetzt ja das Fallout 76 Update gekommen ist, das Wastelanders Update. Und das werde ich am Sonntag streamen. Ich hoffe, ich schaffe das jeden Sonntag. Wenn nicht, dann nicht. Also ich kann nichts versprechen. Wie gesagt, das ist mein einziger freier Tag. Also wenn ich das mal nicht schaffe, dann solltet ihr mir das nicht übel nehmen. Ähm, und zwar werde ich einen Streamplan aufstellen. Den werdet ihr am Samstag sehen, mit der Streamankündigung sozusagen zeitgleich. Und da werden wir zwei Folgen Fallout Shelter aufnehmen. Einmal vor Fallout 76 und einmal nach Fallout 76 werden wir eine Folge aufnehmen. Das heißt, wenn ihr irgendwas machen möchtet, wie zum Beispiel eine Quest oder so, dann bereitet sie so vor, dass sie dann, also wenn ihr live dabei sein wollt bei eurer Quest, dann bereitet sie so vor, dass sie für den Sonntag quasi startklar ist, damit wir das gemeinsam machen können. Ähm, wenn ihr das wirklich möchtet, wenn ihr jetzt im Discord mitsprechen wollt, zum Beispiel bei eurer Quest, dann macht das am besten so. Ansonsten werden wir halt einfach ganz normal rausgehen, wie üblicherweise auch. Ne? Wollte ich nur mal kurz mal ankündigen und gesagt haben. Und ja, ähm, Pyro. Wo ist unser Pyro? Hm. Pyro, Pyro, Pyro. Pyro, Pyro, Pyro. Da. Du möchtest deinen Junkjet bauen. Ich hoffe, wir haben das Geld dafür. Das ist die, äh, äh, Kleidungswerkstatt. Ne, ich hab sie falsch rum hingewaut. Egal. Passiert. Dann lauf mal da rüber. Währenddessen wir mal Fallout Boy reinholen. So Fallout Boy. Ich muss mein Lager aufräumen. Das geht gar nicht hier. Du kommst weg. Du kommst weg. Weil ich brauch' ich eigentlich auch nicht. Komm, wir finden die eher alles wieder. Also, wir brauch' den Scheiß hier. Lack, alles gut. So, die normalen Gegenstände, die kann ich jederzeit dazuholen. Daran soll's nicht scheitern. Aber Leute, wir haben, wie ihr seht, ne Menge blaues Zeug. Das alles befindet sich in euren Inventaren. Ähm, und die sind ziemlich wertvoll. 100 Kronkorken. Ich könnte hier locker bestimmt einige tausend Kronkorken rausholen. Das heißt, verkauft am besten mal eure ganzen Sachen, die ihr nicht benötigt. Das würde der Volt, glaub' ich, ganz schön helfen. Okay, ähm... Der Junkjet. Gucken wir erstmal, was wir dafür brauchen. Fokussierte Laserpistole. Institutpistole. Okay. Fokussierte das Lasergewehr. Institutpistole. Junkjet. Den möchtest du bauen, ja? Superkleber. Also, Pyro. Gucken wir mal nach, was Pyro so alles hat. Inventory Pyro. Hast du alle benötigten Mittel? Du hast einen Superkleber. Aber man weiß ja nicht. Guck mal auf deine zweite Seite. Pyro. Da, du hast drei Superkleber. Ich wusste es. Da ist irgendwo ein Leerzeichen wahrscheinlich dazwischen. Du hast... Zwei Schaufeln. Und drei Wecker. Alles klar. Wir brauchen nur noch einen Wecker, dann geht das klar. Das kriegen wir doch hin. Guhle. Keine Opfer mit Ghulen. Das ist perfekt. Aiden. Oh Gott. Aiden, das packst du. Kriegst sogar einen Level ab jetzt. Ach ja, ist ja jetzt voll ausgerüstet, der ganze Scheiß, ne? Das geht jetzt ein bisschen länger. Okay, wir können hier kurz nochmal durch. Lauf dann hier durch die Gegend. Was bin ich? Hat jemand ein Puzzle? Ich liebe Puzzles. Ne, mache ich es nie, weil ich zu faul bin. Kein Level abbekommen? Oh, ist ja schade. Ja, der Raum ist noch leer, weil die Spartans da noch nicht drin sind. Aber früher oder später kommen die Spartans da rein, Leute. Oh, da ist B da. Beziehungsweise die anderen Haudegen, ne? Die jetzt auf Quest sind. Die kommen da rein. Wir müssen auch gleich irgendwie noch Zeit für die Quest finden. Die anderen sind noch nicht mehr da. Oh, da kippen sie ja noch. So. Wieder was geschafft. Noch zwei Stück. Junge. Zwei Ghoulangriffe. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das heißt, wir ziehen hier 350 Kronkorken ab, drei Superkleber, drei Wecker und zwei Schaufeln. Sehr schön. Wenig Platz. Deine Mutter hat wenig Platz. Der ganze Scheiß, der kann alles weg. So, jetzt haben wir wieder ordentlich Platz. Okay, ich würde sagen, wir gehen auf Quester, dann holen wir die ganzen Leute mal rein und dann versuchen wir mal ein paar Gebäude zu Dingstern, ne? Ihr wisst schon. Dingstern. Wer kennt das nicht? Man Dingstertsachen und schon sind sie schneller. Rette Bruder Will vor den Raidern. Du Scheiße. Große Volt. Großes Gebäude. Jupp, richtig abgewogen. Ja, es gibt ja nur einen Weg. Haha, ich schlau mal ja. Oh, herzlich willkommen bei Verliert Deinen Kopf. Wollbewohner, ihr habt hier nichts zu suchen. Dreht um und geht, bevor euch unser Zorn ereilt. Wir haben euch gewarnt. Lasst Bruder Will frei und euch soll nichts geschehen. Ich sehe eure Wut und erhöhe um meinen Zorn. Eine gut gemeinte Warnung. Geht mir aus dem Weg oder ich mache euch fertig. Na komm, geht mir aus dem Weg. Zu mir, Raider! Vielleicht hätten wir nicht gegen die kämpfen müssen, aber ganz ehrlich, Raider haben keine Daseinsberechtigung. Habe ich Stills mitgebracht? Ja, und Raider auch. Alles mitgebracht. Und wieder mal ist der stärker als alle anderen. Der A-Wert. Es ist der A-Wert. Eine Stärke bringt ihm, glaube ich, jetzt nicht wenig. Naja, gut. Oh, ein Stimmen. Ein bisschen Zeugs gelöhnt. Kronkorken. Ja. Genau das, was wir benötigen. Oh, kleine Kakerlaken. Komm schon. One-shottet sie. Na gut. Dann two-shottet sie halt. No, das geht doch. Das geht doch. Wir werden Bruder Wild schon ordentlich und schnell finden. Ich bin immer noch der Meinung, Bruder Wild ist einfach nur verstrahlt. Wie der Frühling. So, das geht eigentlich. Das geht. Lassen wir schnell fix durch. Wir schaffen es dann noch ein paar Beschleunigungen zu machen. Wenn wir heute wenigstens die Hälfte schaffen, dann könnten wir nämlich am Sonntag die nächste Hälfte machen und hätten dann diesen Auftrag schon längst durch. Ich glaube, das hört sich nach einem guten Plan an. Wir werden nämlich nicht in allen Gebäuden, denke ich mal, diese Beschleunigung schaffen. Wird schwer. Ich weiß gar nicht, haben wir 16? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ich glaube, zwölf Gebäude haben wir, wo wir beschleunigen können. Huh. Technik-Outfit. Hä? Ach ja. Das ist für Frauen gedacht. Nichts geht. Gut. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man da keine Frau im Team hat. Deswegen möchte ich halt mindestens eine Frau haben, damit sie halt wirklich Frauenklamotten tragen kann. Wenn diese besser sind als die, die sie hat. Und die ja jemand anderes hat. Perfekt. Perfekt. Crit. Sparen wir natürlich auf. Für den Boss, der niemals erscheinen wird. Wir wissen alle ganz genau, wenn ich das aufspare, kommt kein Boss. Nur diese Billigwaffen. Ich nehme, was ich finden kann. Ihr nehmt, was gut ist. Dieser Fahrstuhl ergibt keinen Sinn. Oh Gott, vielleicht doch. Ich meine, hätte da... Das ist Schwachsinn. Einfach alles Schwachsinn mit diesem Fahrstuhl. Wer baut solche Gebäude, bitte? Kronkorken, ja. Es ist jetzt nicht viel, aber es ist etwas. Oh, nur zwei. Weiß was, komm. Ich brauch nur einen Crit. Mehr brauch ich nicht. Halt! Neun! Zurück! Ihr Bewohner seid mutig, aber der Bruder steht unter unserem Schutz. Wenn ihr ihn unbedingt wollt, müsst ihr zuerst an uns vorbei. Zeigt, was ihr drauf habt, Bewohner. Was soll das heißen unter eurem Schutz? Wenn wir an dir vorbei müssen, dann gehen wir an dir vorbei. Was? Wir wollen ihn nicht unbedingt, sondern zu den Kindern des Atoms zurückbringen. Was heißt unter eurem Schutz? Er hat uns gebeten, ihn vor seinen Kirchenbrüdern zu schützen, die ihn umbringen wollen. Wie sind die Bösen? Oh, wir müssen nicht kämpfen. Nur weil ich neugierig war. Oh. Okay, das gucken wir uns jetzt mal an. Räderrüstung. Ich glaub, die ist perfekt für dich, weil du schon so einen hohen A-Wert hast, ne? Da muss hier gleich noch ein Fahrstuhl sein. Ja, guckt euch das an. Der kassiert jetzt richtig von dem Typen. A-10. Komm, mach den jetzt auch noch fertig und dann können wir weitergehen. Hab ich schon. Schießt! Geht doch. Oh. Ödland-Arzt, ne? Ich glaub, der ist nicht so gut. Ich glaub, der Ödland-Arzt ist nicht so gut. P. Geht eigentlich, ne? P ist in Ordnung. No. Nice. Okay. Gehen wir hoch. Wobei eigentlich, für diejenigen, ist eigentlich gar nicht mal so gut, dass die so viel von dem Zeug finden. No. Ich hab einen verbraucht. Oh, welch Schande. Bewohner, bitte hört mir zu. Ich bin Bruder Will. Ihr müsst Beichtvater Alvarados Pläne durchkreuzen, und zwar vor O-Stern. Dann plant er nämlich eine 20-Megatonnen-Bombe zu zünden, die sechste Sonne. Zum Glück haben wir die Hauptplatine der Bombe versteckt, bevor wir geflohen sind. Die Platine, sagst du. Ups. Wieso will er diese Bombe zünden? Wann soll dieser O-Stern denn sein? Äh, wahrscheinlich Wochenende gewesen. Warum hat er es gefunden? Wenn ja, sind wir alle verloren. Ah, das Leben geht weiter irgendwie. Halbwegs. Das heißt, wir gehen gleich nochmal zu Bruder. Hast du nicht gesehen? Komm, mach mal den Crit hier. Macht ja keinen Sinn. Habt ja eh keinen Boss. Und der ist sowieso gleich tot. Wenn jeder einmal drauf schießt. Aber ganz ehrlich, das wäre doch mal ganz cool, wenn es eine Quest gibt, bei der man versagen kann und sich das Ödland nochmal krasser mutiert. Das wäre cool. Das wäre richtig cool. Aber was solche Ideen kommt ja keiner außer ich. Nur weil ich verrückt genug bin dafür. Nice. Cooler Runde. Okay. Dann versuchen wir unser Glück. Vorerst würde ich gerne erstmal den Löwen holen. Der Löwe, der Löwe, der Löwe. Ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass der Löwe seinen neuen Charakter benutzen wollte. Ein Techniker-Outfit. Schreib es einfach nochmal rein. Ich weiß nicht, irgendwie ist das untergegangen. Okay. So. Stell dich mal ganz kurz da rein. Wie sieht es mit deinem Wohlbefinden aus? Alles okay. Ich habe ja gesehen, dass du ein paar Sachen mitnehmen willst. Er möchte nämlich, ich habe mein OBS geschlossen. Er möchte nämlich, äh, Halluziniere ich? Habe ich Halluziniere? Hat das gelöscht? Ah! Ich verstehe. Okay. Der Junkjet. Das hier wollte er machen. Aber sie ist weg. Die Questanfrage ist weg. Vielleicht habe ich geträumt. Man weiß es nicht. Ach, komm. Nein. Bitte, Tywin. Sei schnell genug. Oder, nein, stell dich da rein. Maxi kommt dir zur Hilfe. Du stellst dich da rein. Du kriegst auch vorher eine Waffe. Ah nein, es wird nichts bringen. Ah nein. Okay. Wir brauchen jemanden, der hier aufpasst. Und jemanden, der da aufpasst. Du kriegst eine Waffe kurz in die Hand gedrückt. Gib dir meine. Hast du eine Waffe? Natürlich nicht. Du hast auch noch mal eine Waffe in die Hand gedrückt. Okay. Du verlierst schon mal deine Waffe. Du hast es geschafft. Dann bekommst du den Flammenwerfer. Also du bist durch. Okay. Alles gut. Jeder hat geregelt. Perfekt. Geht auf eure Plätze zurück. Hui. Alles klar. Dann. Der Löwe geht mal dahin. Das war recht verwirrend. So. Kommen wir zu dir, Fallout Boy. Du bekommst Superkleber. Globus. Eine gehärtete Kaliber 44 mit Zielvorrichtung. Brahmin-Leder. Robuste Lederrüstung. Schaufel. Alter. Oh, ihr Ende gedöns. Lord Tantiken. Zwei Kameras. Monkey Sass. Ein Globus. Ein Brahmin-Leder. Paskulina. Zwei Schaufel und ein Mikroskop. Jessin. Eine Schaufel. Kara. Entweder das Panzerbrechende Sturmgewehr. Je nachdem, was du eher hattest. Ich weiß, dass du ein Sturmgewehr hattest, aber ich weiß nicht mehr, was für eine Art. Eins von beiden hast du auf jeden Fall bekommen. Muss ich mal im Inventar gucken. So. Rosenkobolt. Nix. Reiner Zufall. Ein Mikroskop. Perfekt. So. Oh, und ich wieder. Laubhausen gesammelt. Und ihr. Wer kriegt euch jetzt bitte in diesen Gebäuden? Außer Hosenkobolt. Hosenkobolt. Du möchtest... Ach so, ne. Hosenkobolt. Reiner Zufall war das, ne? Reiner Zufall. E auf 5. Wer ist jetzt reiner Zufall? Du bist Hosenkobolt. Du bist reiner Zufall. Naja. Machen wir E auf 5. Weil es da noch Platz ist. Oh, jetzt ist da das Platz am Ende. Eeeh, so. Ähm. Sporthalle. So, sehr schön. Wollen wir mal einen Tempobodus wagen, ne? Eventuell kann ich hier sogar zwei Tempobodis machen. Das war der erste. Na. Scheiße. Na gut, das haben wir schon mal verkackt. Wir haben 16.000, ne? Könnt ihr euch mal beeilen? Okay. Wie viel würde es kosten, dich zu verbessern? 18.000. Ne, sind wir noch ein Stück entfernt. So. 23%. Äh. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Mike? Wie? Passiert das ständig? Ich weiß es nicht. Es ist seltsam. Okay, 3 von 16. Oh Gott, 34%. Nein, das war so klar. Ihr Lappen könnt doch gar nichts. Bei wenigstens hat jeder eine Waffe. Warum die 12 so eine gute war, weiß ich auch nicht. Naja, passt schon. Versuchen wir es hier nochmal. Hier können wir auch wieder zweimal versuchen. Okay, 4. Also ich hätte gerne 8. Das wäre die Hälfte. Das wäre schön. Okay. Sehr schön. 3 Stück fehlen noch. Dann habe ich die Hälfte. Hey, 0. Krümel dich mal dahin. Okay, 6. Ich gehe nur noch 2. Nein. Oh, ihr verkackten Penner. Scheiße. Scheiße. Okay. Nächste Räumlichkeit. Also 35%, aber die Chancen sind echt scheiße. Noch einmal, Leute. Einmal, dann haben wir die Hälfte. Wenn ich mehr als die Hälfte schaffen würde, wäre das natürlich noch besser. Ja, sehr schön. Ja. Das ist kacke. Aber wir haben die Hälfte geschafft, glaube ich, ne? Wir haben die Hälfte geschafft. Wir haben noch 2 Räume vor uns. Ich glaube, ich alleine werde da sowieso nichts reißen können. 36% alter. Okay, gut, komm. Wir haben die Hälfte geschafft. Also, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Ausbeute da. Ja, gut, Leute. 8 von 16. Ich denke, damit können wir aufhören. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder zum Streamen. Und da wird es dann weitergehen. Hey, Fallout Boy. Lungert er hier einfach rum? Ich gehe mal arbeiten. So, Deadline nehmen wir erstmal weg. Ich weiß nicht, 17, glaube ich. Ah, ne, 2 ist ja frei jetzt, ne? Die 2 ist jetzt frei. Dann gehe mal arbeiten zu den anderen Idioten, die nichts drauf haben. So, und das dauert noch 10 Stunden. Der ist dann am Sonntag fertig. Und dann kann es dann eigentlich auch schon losgehen. Ich weiß nämlich ganz genau, wo er hin will. Na gut, Leute. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.